Hallo meine lieben Freunde und willkommen zum fünften Part von Magica. Der letzte Teil war ja etwas, wie soll ich sagen, spezieller. Hey, Listener! Und, ja, gut. Kannst du einmal deine Fresse halten. Und, wie gesagt, ja, wir begeben uns weiter auf dem Pfad der Erlösung und schauen wir mal, wo uns das Schicksal so hinführen wird. Ich weiß ja jetzt gleich, dass hier oben ein paar Gegner kommen werden. Genau. So. Ja, genau. Ist okay. Hau hoch ein. So. Kein Problem für uns. Kein Problem. So, ein bisschen eingefroren hier. Und jetzt machen wir kurz einen Prozess mit diesem Bastard. Gar nicht mal so schwierig. Ups, jetzt müssen wir uns schneller. Okay. Das hätten wir geschafft. Also, wie gesagt, der letzte Teil war ja ein bisschen spezieller gewesen. Der Kampf mit der Schlange. Also, der war echt nicht so meiner gewesen. Aber sollte ja grundsätzlich nicht das Problem sein. Okay. Okay. Oh, nein. Genau, Mann. Ballert euch alle gegenseitig ab. Sehr schön. So, muss das laufen. Sehr gut. Ähm, ja. Ich musste den auf jeden Fall schneiden, weil, ähm, ich hab sicher locker halbe Stunde bis 40 Minuten an den Gegner gehackt. Also, ich hab mich auch noch überhaupt nicht informiert, also... Ja, das finde ich schon irgendwie heraus. Aber nicht jetzt. Feuer? Kann ich mich trocknen? So. Was haben wir denn hier so schönes? Ein Schwert. Sehr gut. Da draußen laufen wieder so ein paar Bastarde rum. Da, 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 da. Oh, das ist ein... Ist das ein verzaubertes Schwert? Sehr... Oh, sehr cool. Oh. Machen wir noch schnell den Safe Point hier vorne. Ja, ich weiß. Ah, ich hab die ganze Zeit hier so fliegen im Zimmer. Weil ich die Balkontür offen hab. Ähm, ba-bam, ba-bam, ba-bam. Oh, der scheint etwas stärker zu sein. Nein! Oh, mein Gott. Haha, daneben. Nein. Oh, fick dich. Jetzt haben wir den schon mal ein bisschen einfrieren. Und jetzt... kurz einen Prozess machen. Ah, komm. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Wir kommen voran, meine lieben Freunde. Wir kommen voran. Oh, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ah, ich hatte diese Bogenschützen. Ja, keine Schade. Ich schneide ihn ein bisschen hoch ein. Und jetzt kann man ganz um die da vorne. Oh, cool. Die kann ich auch da runterwerfen. Ja. Kann ich den nicht treffen. Also... Ah, passt schon. So. Hier hätten wir was zu untersuchen. Mhm. Ein Goblin-Picknick. Ja, sehr schön. Auf dem Schiff. Hm, sieht alles eigentlich recht normal aus. Gut, dann ziehen wir doch mal weiter. Uh, die Brücke ist kaputt. Diese verfluchten Bestien. Die Brücke wurde sabotiert. Das einzige Vernünftige wäre jetzt, das Luftschiff zu klauen und nach Havindir zu fliegen. Machen wir doch. Machen wir doch. Ich bin übrigens gelernter Luftschiff-Pilot. Schon im 53. Jahr. Oh. Kontrollpunkt. Wir werden angegriffen von Feinden. Ja. Ja, ist gut. Keine Chance. Weg, du Fliege, Mann. Oh, riecht ihr mich auf. Oh, wir können rübergehen. Hätten rübergehen können. Aber kein Problem. Lissene. Erkunde den Level, man weiß... Ja, man weiß nie, was man findet. Ich weiß es doch. Ich weiß es doch. Ihr braucht es gar nicht versuchen, ihr kleinen Bastarde. Ihr braucht es doch überhaupt gar nicht erst versuchen. sehr schön. Es läuft, es läuft und wir kommen voran. Wir kommen voran. Oh. Oh, meine Leben. Na gut, das kann jedem guten Meister mal passieren. Jetzt müssen wir einfach aufpassen. Weil ich glaube, dass die nicht so schnell wiederkommen wird. Ah ja, unser Schwert. Darf ich? Danke. Ich fühlte eine große Erschütterung in meinem Dorf. Übernimmt. Okay. Übernimmt was? Ja, nein. Oh, Leute. Ja, gut. Ich konnte nicht mal lesen, was der sagt. Und nochmal von vorne. Dun, dun. Nein, das war vielleicht ein bisschen zu viel. Jetzt habe ich den Gegner geheilt. Ja, tschüss. Sehr schön. Kurzen Prozess. Kurzen Prozess. Kann ich da... Was passiert, wenn ich da drücken bleibe? Ich glaube, dass... Nee, ich glaube, das darf ich nicht. Ich glaube, das sollte ich auch nicht tun. Ich kann mir gut vorstellen, dass das abstürzt. Ja, das stürzt ja ab. Das wird jetzt eh abstürzen. Ja, ja. Komm, ist gut. Mach's gut. Und tschüss. Wo reinkommen? Oh, alles klar. Ihr trefft mich nicht. Ach, Bastard. So, jetzt müsste doch eigentlich unser lieber kleiner Nicht-Vampir hier aus der Tür rauskommen. Ich fühle eine große Erschütterung in meinem Dorf. Übernehmt das Steuer. Also, muss ich das Ding jetzt fliegen oder passiert das von ganz alleine? Oh, es ist das, was ich bin. Oh. 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 Oh, okay. Ich kann nichts, also ich hoffe, das gehört dazu. Okay, ich denke mal schon. Ja, Kontrollpunkt. Nein, nein, nein. Komm schon. Ähm, Eis. Sehr gut. Nein, doch nicht die heilen. So. Genau. So wollte ich da. Kurz Wasser. Sehr schön. Hätten wir das. Oh. Hallo, mein lieber Freund. Was hast du mir denn zu sagen? Ihr habt nur ein Leben. Wenn ihr es wertschätzt, dann dreht um und geht nach Hause. Toller Ratschlag. Das ist aber nicht in unserem Sinne, mein lieber Gefährte. Das war ich ein bisschen zu langsam. Rüber, rüber. Oh, Leute. weiter. Ich muss langsam echt aufpassen. Aha. Ach komm, der nervt mich. Oh, jetzt hat er mich erwischt. Jawoll. Wir kommen vorwärts, Leute. Wir kommen langsam, aber stetig. Kommen wir vorwärts. Ich denke, langsam habe ich das Spielprinzip... Oh, 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 okay. Okay. Nein! Die kommen ja natürlich alle auf einmal. Schnell, gib mir nochmal... Nein, nicht... Oh! Bin ich jetzt? Ja, toll. Runtergefallen. Also, runtergeschubst worden. Das lasse ich nicht auf mir setzen. Oh, wieder von vorne. Gib mir mal Alexität. Wieso bin ich denn... Hm. Okay. Ja, ist okay. Ist doch okay. Hochhallen. Hochhallen. Nein! Oh! Oh, war das knapp. Dieser... Wart mal schnell. Nein! Nein! Oh! 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 Ah, das bringt nichts! Schnell, der Bastard soll brennen. Ich kann das nicht. Du machst mich gleich richtig sauer. Okay, okay, ich will was testen. Äh, bla bla bla. Feuer. Okay. Braucht da nichts zu testen, ist okay. Wir wissen ja aber alle jetzt, was hier oben kommt. Och, wieso? Wieso, wieso? Ja, lass mich doch hochheilen. Ist das dein Ernst? Ey, das Spiel, das ist verrückt. Komm, die will ich wenigstens hier noch besiegen. Oh, leck mich doch am... Hey, ich war noch nicht mal wiederbelebt, du Bastard. Ja. Der trifft dann da und sein eigenes Ballet. Nein, jetzt heil ich den auch noch. Komm, einfrieren. Und jetzt den Rest geben. So. Und jetzt die da oben. Oh, ich übertreib's auch jedes Mal so. Okay. 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 Letzter Versuch. Letzter Versuch. Oh. Fick dich. Okay, Mann. Ist mir egal. Oh, jetzt bringe ich mich auch noch selber nieder. Nein, 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 nein. Okay. Also gut. Dann würde ich sagen, meine Lieben, ist zwar ein etwas kürzeres geworden, aber ich beende an dieser Stelle das Letzplay und wir sehen uns wieder zum sechsten Part von Magica. Jawohl. Also, macht's gut und haut rein. Ciao.